Ja. Ich denke nicht. Yo, verpiss dich. Nein! Ich will erst mal das Video laufen lassen. Joseph, du darfst nicht tot sein. Und damit herzlich willkommen zurück. Bei, ähm, das Böse in uns. Mit drin. Ah, so schön. Mhm, super. Hallo! Ja gut, wir sind letztes Mal eingestürzt, stimmt ja. Ja? Ja doch, wir sind letztes Mal da runter gefallen. Musste ich grad mal drüber nachdenken. Aber, ähm... Hä? Volle Munition. Das kann ja gar nicht sein. Mensch, du mit Munition. Alter, das kann ja nicht gut gehen. Der... Das ist ja der Hummer. Da können wir schon mal nicht lang. Auch gut. Da wollen wir lang. Wie! Wie! Okay. Ähm... Hallo? Hallo! Hallo! Licht an! Durchstecken schnaufe. Schade. Was haben wir hier so? Oh! Hm. Wir sind in der U-Bahn. U-Bahn! Komm, wir fahren rüber an! Checkpoint! Vielleicht passiert was! Ich weiß es. Ich weiß es. Ich weiß es. Vorher nur. Weil wegen Checkpoint und so. Ah... Ne. Ne. Nein, hier ist nur der Spiegel. Hier ist nicht der Spiegel. Wieso sind da so viele Sprengsätze? Ah! Hinter der Tür ist die Dingens. Da ist nichts. Mach die Tür auf. Ja, ja. Okay, gut. Ja, warte. Blablabla! Sebastian! Blablabla! Ich kann nicht scrollen. Warte, wie viel Slime haben wir? 15.000. Yo, damit können wir was anfangen. Das ist mein... Sophia! Ja, mach ich doch! Deine Mutter, alter. Scheiß grünes Gel. Warte mal, seit wann ist das so eng? Hä? What the fuck? Ah, hier. Ich liebe den Stuhl, ne? Zahnarzt? Zahnarzt! Wow. Maximale Sprintdauer, ne? Kampfschaden. Was haben wir noch? Spritzenwirkung. Revolver... Magnum. Ja, da brauche ich ja eigentlich nicht wirklich viel, weil davon haben wir eh nicht viel Munition. Aber... Der Revolver wäre cool. Können wir noch irgendwas... Oh, hier. Nachtnachtergestündigkeit, mal hier. Zack. Das können wir auch noch machen, hier. Zack. Guck mal, jetzt gehen wir richtig Geld aus, hier. Was können wir hier noch machen? Lachnachtergestündigkeit. Kritisch, komm. Zack. Das nehmen wir auch noch mit. Gut. Jetzt haben wir gar nichts mehr. Ja, super. Schon gut gemacht. Danke. Lalalalalalalala. Moin. So. I'm back, bitches. Jetzt stirbst du. Spoiler. Oh, what? Hallo? What? Gehst du bitte? So. Ich frage mich nur... Nein! Ja, ich bin zu blöd, die Tür wieder raus zu gehen. Scheiße. Ja. Egal. Passiert öfter. Hallo? Zammel den Schleim ein. Gut. Das Streicher zerbrauchen wir nicht, aber das will ich noch. So. Können wir die Türchen hier aufmachen? Ne, gut. Dann haben wir alles. Da, 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 da. Da war noch Revolver Munition eben. Oh, dieses gesprinte Scheiße Kacke geht mir auf den Sack. Ich will dann endlich lange sprinten können. Sprinten können. Deutsch ist auch schwierig. Ah. Ah. Hier war die. Genau da. Ach, nee. Shotgun. Ah. Oh. Hier kommen wir rein. Hallo! Knuck, knuck! Wer ist da? Es ist mir! Was ist denn? Ja. Du wirst nicht. Natürlich. Ich bin ein bisschen geändert. Ja. Oh, yeah. Bitch. Oh. 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 Jumpscare. I'm waiting for you. Oh, guck mal ein Arm. Und ein Kartenfragment. Ja, blablabla. Ich will auch ein Arm. Hallo! Oh. Schade. Ich warte eigentlich immer noch auf den Jumpscare. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Einfach nur Leertaste drücken, so. Ich will keinen. Doch. Wer witzig. Nein. Verbeiß ich dich. Verbeiß ich dich. Mach das mal. So. Win? Nein. Aus. Nein. Hallo! Da ist. Da ist Munition. Du stehst gleich auf. Du siehst so aus, als ob du gleich wieder aufstehst. Wow. Okay. Ja. Ich denke nicht. Jo, verpiss dich. Nein. Oh. Nicht diese ekligen Arme. Okay. Das reicht als Jumpscare bitte. Du kannst ihn doch eigentlich eh nicht umbringen. Undercover. Er sieht uns nicht. Ich geh die Treppe rauf und ich geh die Treppe runter. Er sieht uns. Was hast du erwartet? Ich dachte, ich wäre so richtig undercover, man. Man kann noch mal träumen, oder? Du bist so hässlich, dich sieht man noch mal. Hallo! Tschüss. Nein, ich kann ihn noch eh nicht abschließen. Das bringt nichts. Siehst du? Jetzt der Böse. Toll, das hast du gut gemacht. Na guck mal, geht weg. Was will er denn? Hallo? Ich habe noch mal die Munition mitgenommen, ne? Oh, das Geräusch ist so eklig. Hallo? Ähm. Ach ja, er kommt ja, ne? Ja, du weißt, dass du keine Zeit hast, ne? Ja. Oh, nee, du. Geh einfach durch. Danke. Jetzt tu nicht so, so dramatisch ist das nicht. Doch. Weißt du, warum das nicht so dramatisch ist? Du musst das noch nicht, nicht noch lauter. Oh ja, willst du mich umbringen? So. Hallo? Hallo? Tür, öffne dich. Oh, awesome. Siehst du? Jetzt ist es dramatisch. Du Pisser, du Wichser. Ach ja, dem geben wir einfach mal. Nimm, geh dem Zombie. Gut. Haben wir Sniper-Munition? Nein. Gut. Das ist natürlich beste Voraussetzung. Ruvik sieht uns nicht. Er riecht uns nicht. Er hört uns nicht. Er ist scheiße. Er schreit gleich einfach wieder. Das ist natürlich die beste Idee. Oh, Sniper-Munition. Das ist gut. Das ist natürlich die beste Idee, dann natürlich, ne? In so einen beleuchteten Zug zu gehen, ohne entdeckt zu werden. Ja. So, das nehmen wir noch mit. Ich will eigentlich nur den töten mit einem MG. Da ist er. Ich weiß nicht, wo es her kam. M. Alles gut. Es ist alles im grünen Bereich. Es ist alles. Nein. Nein. Oh. 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 Einfach rein, rein. Brenn. Schieß nicht. Lauf, lauf, lauf. Oh. 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 Oh Gott. Oh Leute, Leute, Leute. Fickt euch alle. Was hast du getan? Oh. So undercover hätte es eh nicht funktioniert. Oh. 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 Ich bin einfach. Danke. Was mit Rubik? Der ist abgehauen. Der hat alles von mir. Ich auch. Oh. 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 Munition. Du hast auch Angst vor mir? Okay. Natürlich. Nö. Da steht... Fuck, man kann auch einfach an. Okay. Oh. Da war noch was. Da war noch was. Hier ist noch was. Und wir rennen einfach vor ihm weg. So. Er sieht uns nicht. Er riecht uns nicht. Er hört uns nicht. Er fühlt uns nicht. Und oh. Da bleiben wir einfach mal geduckt. Geduckt. Ja, die Dinger nerven mich. Oh. Piep. Aber wir brauchen sie. Wir sind auf sie angewiesen. Hallo? Hallo? Gut. Oh ja, Wasser ist immer beste Voraussetzung. Mh. Mh. Oh nö, da sind Sachen. Oh nö, hier sind diese Explosionsdinger. Ist er hochgegangen? Bitte geh hoch. Ist er hochgegangen? Ein bisschen. So. So! Noch mehr! Okay. Zu viel. Mh. Mh. Ja, okay, gut. Okay, gut. Hin und her geschleudert zu werden und dann immer wieder explodieren. Ja, das ist... Nein, das sollten wir... Nein, lass das mal. Oh ja, Zopfgummi. Oh mein. Oh nein, nicht von wieder hier. Nicht von wieder hier. Mh. Ich wollte den... Ich wollte den eigentlich nur... Wo ist es hin? Ich hab's weggeschossen. Ich weiß nicht, wo es ist. Ich auch nicht. Okay, so gut. Okay, wir... Das war jetzt so. Wir gehen hier rein. Mhm. Holen die Munition. Laden nach. Holen uns das hier noch mit. So und ab geht's. Den Tü... Okay, ähm... Guck mal, er sieht uns doch gar nicht. Ist doch alles im grünen Bereich. Ist doch alles gut. Hm. Jetzt müssen wir nur schauen, wie wir an den vorbeikommen. Oh, wir machen es einfach ganz, ganz sick. Spendet. Genau. Und Rubik ist... weg. Was? Ah, da ist einer. Im Wasser. Und jetzt ist er nicht mehr. Boom. Der ist echt weg irgendwie. Der ist... echt mit in die Luft gegangen? Das glaube ich gar nicht. Der kommt doch bestimmt gleich irgendwo um die Ecke. Ja. So elegant. Nein, brenn. Gut. Okay, okay, ähm. Aber der wollte grad rennen. Mh. Mh. So. Mh. Oh, hier liegt irgendwas, oder? Oh, man kann's entschärfen. Okay. Bringt mir jetzt nicht mehr so viel. So, da kommt gleich so ein fetter. Und... Ups, verdrückt. Okay. So, warte, da kommt drin kam noch so ein fetter. Da ist eine Falle. Echt? Oh. Ja. Danke. Gerne. Ich... Ich wusste nicht, wie ich eben ohne diese Info überleben konnte. Echt. Eben bist du gestorben. Verpisst du dich? Danke. Jetzt brennen. Fett verbrennen. Gut. Gut, ne? So, was haben wir denn? Hier haben wir auch noch ein bisschen Munition für... Hallo! So. Findest du's eklig? Ja. Ich find's witzig. Ne. Ha! Miep, miep, miep. Piep. So. Jetzt lassen wir uns nicht hin und her schleudern. Bin ich zumindest dafür. Oder kann ich mit einer Explosion auch eine andere... Ups. Voll verdrückt. Keiner gesehen. So. Warte. Das ist echt laut. Hallo! Ah, gut. Jetzt sind wir die nämlich auch los. Jetzt nehmen wir noch die mit. Weil da liegt bestimmt irgendwas. Okay, das war irgendwie überraschend leise. Warum auch immer. Ja. Oh, hier. Der hat auch was gedrückt. Gedroppt. Oh. Hallo! So. Konnte ich hier irgendwas entschärfen? Nö. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Die Züge sind eklig. Ja. Warum? Das war in der vorherigen Folge... Guck dir die Folgen einfach nochmal an. Okay. Oh! 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 Du Arsch! Tickst du noch ganz richtig, oder was? Du hast den Schuss wohl nicht gehört, mein Freund. Ja, ich suche eigentlich nur noch so Munition, damit wir gleich nicht komplett untergehen. Ich... Ach guck mal! Wie lieb! Schleim! Hm. Was auch immer das ist. Äh. Ich sammle erstmal alles ein. Okay, so. Ah! Okay. Verbrennen. Easy peasy. Wow. Das war ja ne schöne Animation. Ja, super. Verpulver. Okay. Okay. Gut. Es lebt. Mhm. Okay. Es ist ein Kontrollpunkt. Gut. Dann machen wir ja hier... Pause. Das sind jetzt 17 Minuten. Das reicht. Okay. Wo bleibt deine Moderation? Also liked natürlich auf den süßen und... Wow. Ja, süßen. Ja. TschüüüüüüüQueen